. 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 Scheiße, wir müssen los. Sie wird schon zweimal angerufen. Moin. Moin. Wir haben geschlossen. Ja. Kassieren Sie jetzt die Knöllchen persönlich und im Team. Wie heißen Sie? Rumbuchner, Tilo. Tilo Rumbuchner. Kennen Sie Stefan Borg. Warum wollen Sie das wissen? Weil Stefan Borg tot ist. Was? Nein. 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 Das... Was ist passiert? So wie es aussieht, ist er in seinem Auto in der Nordsee ertrunken. Was? Wie soll das denn gehen? Das fragen wir uns auch. Gehört dem Herrn Borg diese Agentur hier? Nein. Das ist schon so ein gemeinsames Ding. Wir sind Partner. Stefan und ich und Silvia. Silvia? Silvia Borg. Sie... Sie waren mal miteinander verheiratet. Silvia ist die Hochzeitsplanerin und Stefan und ich sind die... die Videografen. Wie oder was? Wir drehen den Hochzeitsfilm. Was meinen Sie? Könnte es sein, dass Ihr Partner Selbstmord begangen hat? Nee. Selbstmord können Sie vergessen. Warum? Weil er der Typ Lebensgenießer war. Nutze den Tag. Morgen kannst du unter der Erde liegen. Nein. Nee, nee. Das... Das... Das muss so ein Unfall gewesen sein. Ihr Partner hatte doch bestimmt ein Handy, oder? Klar. Steht damit morgens auf und geht abends damit ins Bett. Wann haben Sie ihn denn zuletzt gesehen? Gestern. Wir waren beim Fitness. Haben dann Döne gegessen und sind auf einer Absacke ans Bervue. Absacke? War das so ein richtiger Absacke? So mit richtig viel Promille und so? Nicht mehr als sonst. Stefan hat so Magenkrämpfe bekommen. Zu viel Glutomat im Döner. Und er ist schon früh nach Hause. Wie spät war es da? So gegen halb zwölf? Können Sie uns sagen, woher er die Platzwunde hatte? Ja, da ist der volle Kanne gegen so'n Querträger von einem Baugröss geknallt. Scheiße, es ist Silvia. Weißt ihr schon? Nein, sie weiß es nicht und sie sollte es auch nicht von Ihnen erfahren. Silvia. Ja. Ja, wir sind schon unterwegs. Ich hab vier gesagt. Ich hab jetzt einen Dreh, ich muss da hin. Scheiße, ich hab kein Auto. Ich kann etwas anderes. Ich muss das nicht verstanden sein. Ich muss das nicht auswählen.